Ich bin Andi. Ich bin Nicola. Willkommen aus Deutschland. Wir waren hier im Baumhaus, das gerade erst fertiggestellt wurde. Ein Haus, das mit viel Liebe gebaut wurde von Voluntieren hier. Und haben tatsächlich sogar auch einen Guide bekommen, der uns ein bisschen durch Flores geführt hat. Und auch durch San Jose, also ein Eco-Turismo-Guide. Wir waren dann auch noch mit ihm einen Tag lang in Tikal. Er hat uns ganz gut über die Maya-Kultur erzählt und uns auch über Local Food oder wie wir uns im Restaurant verhalten. Wir sind Vegetarier. Er hat uns auch erklärt, wie wir nach bestimmten Gemüse fragen können. Ja, und insgesamt waren das alles total bereichernd. Wir haben wahnsinnig viel gelernt und auch eine richtig gute Zeit hier haben. Das war ja richtig schön. Ja, und alle sind super nett und hostet nur nach Angelika und Lindos sind sehr, sehr hilfsbereit und erklären einem viel über die Ur-Thimanesische Kultur. Ja. Ciao.